... zu dem kostengünstiger als selbst er zu hoffen wagte. Zwar können wir nach wenigen Dingen, der Transfer in den Muskel stattgefunden hat, also jemand, der sich wirklich im Muskel gedobt hat mit Erbsubstanz, diese Erbsubstanz auch noch über mehrere Wochen hinweg im Blut finden, ja sogar mehrere Monate hinweg.